Um welche Zeit fängst du jetzt, Barsche? Es ist 8. August, Sommer. Bei uns klares Wasser. Das sind die Randzeiten. Hört sich anstrengend an, ist es auch. Vier Uhr heute in der Früh hat es gerappelt. Halb fünf nochmals. Fünf kam der dritte. Dann war Schluss. Also früh aufstehen oder abends auch bei Dämmerung kann es auch gut klappen. Jetzt neun Uhr, Verzweiflung pur. So sehe ich aus, wenn ich verzweifle.